Es soll heute auch noch ein richtig fester Sturm kommen, ein Orkan kommen. Wie heißt der Orkan, Mama? Wie viele kamen hier die Sturmböen? Also zusammen mit der Orkan, ruf bitte den Namen von den Orkan raus, danke. Deswegen ist der Wind da. Ich habe von den Sturm nichts gewusst heute. Ich habe von den Orkan heute nichts gewusst, wie denn? Weil ich Internet X gelesen habe. Wie denn? Ich lese doch kein Internet mehr, keine Medien mehr, gar nichts mehr. Zu denen der scheiß Beugen war, der ganze Ärger, der scheiß Terror da, der ganze Erpressung, Bedrohung, der scheiß Beschwerden da von den Leuten kamen, von scheiß allgemeinen Leuten, die Beschwerden, der Terror, Ärger, Bedrohung, Erpressung, Momming, Beschimpfbeleidigung, Ausdachen kam. Seitdem lese ich auch so gut wie gar nicht mehr, keine Google Nachrichten mehr, gar nicht mehr. Seitdem lese ich auch so gut wie keine Google Nachrichten mehr, gar nicht mehr. Seitdem lese ich auch so gut wie keine Google Nachrichten mehr, gar nicht mehr. Seitdem lese ich die Google Nachrichten auch nicht mehr. Seitdem lese ich die Google Nachrichten gar nicht mehr, Mama. Ja, guck mal wieder rein. Seitdem les ich die Google Nachrichten gar nicht mehr. Guck mal die Sonne, Mama, guck mal bitte. Jetzt guck ich doch schon hin. Seitdem les ich die Google Nachrichten gar nicht mehr. So gut wie gar nicht mehr. Seitdem les ich die Google Medien gar nicht mehr. So gut wie gar nicht mehr. Seitdem der Vorfall mit den Leuten war. Schiff nicht, war ein Wiederleih. Wir sind auch betroffen. Glaub ich sowieso nicht, das ist Lügerei. Was hast du denn gegessen? Ich habe keine Stücke gegessen. Was hast du dann gegessen? Heute morgen für Frühstück, ne? Ja. Oder jetzt gerade? Nein. Ich verstehe nicht bei mir der Sturm. Muss ich jetzt nicht verstehen können. Es gibt heute keinen Sturm. Ich merke keinen Sturm. Ich merke keine Sturmbögen, gar nichts. Ich bin draußen auf dem Balkon seit heute morgen. Habe nichts von Sturm gemerkt oder gesehen. Die Leute spinnen doch echt im Internet. Weißt du das? Deswegen lese ich keine Nachrichten noch mehr. Deswegen lese ich keine, 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 Deswegen lese ich auch keine, Keine einzige Google Nachrichtenmedien mehr. Deswegen lese ich auch keine Google, Keine einzige Google Nachrichtenmedien mehr. Deswegen lese ich das alles auch nicht mehr. Die Google Nachrichtenmedien, Alles nicht mehr. Hier guck mal die Wortinformation. Was ist mit dem Küchenfenster? Ist da auch was zu sehen? Ey, der Wind nervt, Baba. Was soll das Scheiß? Wo kommt der Scheiß Wind her? Kommt da hinten und wird da auch wieder zu, oder was? Sehr schön, hier wird's doch windig, Baba. Kommt mal mit dir dann, Ja, ich kann nix grad nicht. Ich hab hier was zu kämpfen, Mama. Den Sturm. Der Wind ist wirklich ein Sturm draußen. Ich bin das seit heute Morgen nicht gemerkt, wo ich mein Element, wo ich drin war. Und das heute Morgen hat ein Bögen gesagt. Und das heute Morgen hat ein Bögen gesagt, das hab ich wirklich nicht gemerkt, wo ich mein Element drin war, Mama. Gar nicht. Stehst du das? Ist das schon Weltuntergang-mäßig draußen, oder was? Das seht. Leute, vor euch geht jetzt die Welt unter. Ich glaub, das sind jetzt Gewitterwolken. Kann das sein? Nein, Regen nicht. Die sind komisch geformt, aber das ist ein Gewitterwolken. Ich lüge nicht. Ja, ich hab aber kein Gewitter gemäldet. Das sind Gewitterwolken, ihr verdammt nochmal. Hallo. Da ist der Sturm. Ich hab Angst. Diese komische Wolkenform. Das ist ein alter Glumeswolken. Guck mal, alte Glumesstiefelwolken. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Was ist das? Ich kann das. Oh, der Wind nervt. Haben sie doch gar nicht gemeldet für sowas. Ach, der wird ja wirklich nicht dazu händen. Und das wird dann deine Allüren für deine Verrengung, hast du zum Handy gesagt, zum Handy gesagt. Also, einige meinten die Person, oder? Nicht Dino. Nicht mit dem Dino. Nicht mit dem scheiß Dino. Was zum Flug ist alles. So für deine Allüren, mit deiner Verrengung, hol ich es wieder an. Ist mir scheißegal, egal, hast du am Handy gesagt, richtig? Da hast du mir so am Handy gemeint, richtig? Welchen Namen hast du dabei gesagt? Ach, ich. Welchen Namen hast du dabei gesagt? Es, es, Silvestin, richtig? Es. Aber der Name Silvestin ist ja auch spät gesagt, an Es, im Schlafzimmer. Oder noch im Flur. Im Flur? Hab ich auch gesagt. Wo du gesagt hast, so für deine Allüren, mit deiner Verrengung, hol ich es wieder an, hol ich es wieder an, hol ich es wieder an, Silvestin. Ja, Silvestin? Silvestin, ja? Ja. Silvestin? Nein. Nein, so hast du es gesagt. Silvestin, ja? Silvestin? Silvestin? Ja? Ja? Silvestin? So hast du es gesagt, richtig? Duist und Namen hast du im Schlagzimmer erwähnt, wie gesagt? Nein! Duist und Namen Silvestin hast du im Schlagzimmer erwähnt, gesagt? Nein! Du hast du an den Flur erwähnt, mit deiner Allüren, Verrengung warst du gesagt. Mit deiner Allüren, mit deiner Verrengung guck, werd ich es wieder anrufen, was werde ich wieder anrufen. Hast du den Namen Silvestin wirklich dabei gesagt gehabt, sofort gesagt, dahinter gesagt? Nein, hab ich. Der Name Christine ist dir wirklich dabei, sofort dahinter erwerbt. Der Name Christine ist dir wirklich danach dahintergegert. Wiederhole ich mich. Ja, und wieso hab ich den Name Christine nicht von dir raus gehört? Ach so. Wieso hab ich den Namen von Sögestien nicht von dir gehabt haben? Warum hab ich den Namen von Sögestien nicht von dir gehört? Ich will doch nur wissen. Wieso hab ich den Namen von Sögestien nicht von dir gehört? Wieso, Mama? so jetzt gucke ich am küchenfenster wo ist mit der nächsten szene das heißen Leute ja ja aber es sieht auch nicht besonders aus im küchenfenster scheiß ja 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 Schreiben. Nein, er macht Arbeit, macht ja Audios. Achso, wir haben ein Audio. So, jetzt können wir die ganzen Schatten bekommen. Bleib am Fenster bei mir. Nein, 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 ich bin Sheila. Hör mal. Die Jugendlichen nebenan getötet haben Alexandra vorhin beleidigt. Jetzt stehen die genau da auf dem Weg, wo du immer hergehst, wenn du von der Arbeit kommst. Nach euch, die stehen da, als ob die auf dich warten würden. So ungefähr. Man kann ein bisschen Rennes Garten sehen, nur ein bisschen, da siehst du, da steht ein Baum davor, aber das kann es sein. Der Baum ist ein anderer Baum. Ich verstehe. Nächster Meldung. Herr Scherz. Herr Scherz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts. Oder es ist jetzt auch wieder Aufnahme mit drauf. Ich habe eine Beweisaufnahme mit Mobbing. Das ist jetzt auch wieder Aufnahme mit drauf. Warte mal. Jetzt bin ich aber ein bisschen gemein. Nein, nicht. Da hinten sind die Moba. Seht ihr die? Da sind die zwei Moba. Die sind übel. Die sehen übel aus. Das sind die Moba, Leute. Das sind die Moba, die mich krabbeladigt. Der wird rot. Oh, ich habe nichts gehört. Nee, rührt. Das sind die. Ich habe jetzt einen Beweis gemacht. Machen wir ein Beweisvideo. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Ich habe du gesagt, dass du nichts gehört hast. Sag einfach, ich habe nichts gehört. Es ist Luft. Ich habe nichts gehört. Ich höre nur die Luft. Die Vögel draußen. Die schönen Piep-Pei draußen. Ich habe nichts gehört. Gar nichts. Oh, es läuft dir weg wie schade. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Ich höre nur die Vögel, die Amsel, Rotkeldchen und die Luft da draußen, die am Wind ist. Der Windsturm. Ich habe nichts gehört. Und ich habe Beweisaufnahme gemacht. Das ist alles auf der Aufnahme drauf. Das kann ich der Polizei gerne zeigen. Keiner kommt gegen mich nicht an. Keiner kommt gegen mich an. Ob die das nicht wissen? Ja. Die wollen welche nicht kommen? Ich habe nichts gehört. Ignorieren. Das ist eine kleine Antwort. Ich habe nichts gehört. Auch wenn nicht zu denen sagen, ich habe nichts gehört. Überhaupt nichts mehr sagen. Nur die Natur draußen, die Vögel, alles Wirkliche. Ich habe nichts gehört. Gar nichts. Ich habe nichts gehört.